Wenn man ein Badit ist und das irgendwie nachträglich gekauft hat. Ja, genauso wie das hier. Ja, ich glaube, das war wirklich so gedacht als Troll. Als Hahahaha, das ist sehr lustig. Dass das Meisterding so schlecht ist. So. Macht ja nichts. Wir haben beide Sachen gekriegt. Ach, Lydia. Das war alles so. Aua, natürlich. Lydia steht wieder da. Ich kann also nicht wirklich viel machen. Nehmt Schaden. Allein von der Ausstattung müsste ich doch stärker sein als die. Sie haben nur Blödsinnswaffen. Zumindest die, die niedrigeren Banditen. Naja. Gehen wir mal wieder rauf. In Gesundheit. Irgendwie, es bringt ja eh nichts. In Gesundheit hauen sie mir einen Hundertstel Schlag weg. Aber vielleicht gibt es ja hier... Ne, Moment. Ich will nicht einhändig verbessern. Ich würde gerne gucken, ob... Leichte Rüstung... Wo ist es denn? Oh, da. 82. Was heißt denn passend? Davon habe ich noch nicht genug Punkte. Ich glaube, passend heißt, dass alles das gleiche ist. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wow, das ist ja hier riesengroß alles. Cool. Ein Dunkelelf, der sogar einen Dietrich dabei hatte. Wieder ein Meisterschloss, das keinen wirklichen Sinn ergibt. Was machen die beiden hier unten eigentlich? Ich sollte mal ihr Leiden beenden. Anscheinend haben sie überhaupt keinen Schaden bekommen. Trotzdem. Müssen sie dann sicher nicht für alle Ewigkeit verletzen gegenseitig. Widerlich, sowas. Ah, okay. Das ist ein richtiges Meisterschloss. Was schon wieder in derselben Richtung ist, aber nicht ganz so weit diesmal. Falsche Richtung. Oder zu weit. Das kann es natürlich auch gewesen sein. Zack. Drei Sekunden. Das hier war es aber auf jeden Fall wert. Wunderschön ist das. Ganz viele kleine Goldeinheiten. Hier geht es eh nicht rauf. Wollen wir doch mal gucken, wo das hier hinführt. Super. Ich sag ja, die haben die Wölfe definitiv nicht besser behandelt. Als hier die Skiver in manchen anderen von diesen Einrichtungen. Wir werden gerade von Skivern reden. Ups. Verdammte Skiver. Hier oben noch was. Außer Skiver. Nicht so aus. Okay. Oh Mann. Ist ja schlimm hier. Müsst sich hier auch nicht öffnen. Sieht... ...zumindest nicht so aus. Wahrscheinlich hat deswegen Lydia auch gesagt, oh... Sie fand das auch nicht so gut. Ähm... Okay. Echter Goldpfad hier. Okay. Ich glaube, damit haben wir hier unten alles. Weißt du nicht, wo es noch mehr gibt? Okay. Wunderbar. Übrigens eine sehr merkwürdig gebaute Burg irgendwie. Aber ich denke mal, das sind die meisten... ...Bogen in Himmelsrand. Irgendwie gebaut, so wie es gerade passt. Es gab aber noch einen Eingang. Nicht weit von hier. Gucken, wo der hinführt. Ja, ja, die schöne schwere Rüstung. Ähm... Hier rum. Rechts, rechts und nochmal rechts. Und dann nochmal rechts und nochmal rechts und dann sind wir hier an dem anderen Eingang. Hier könnte nun was sein oder auch nicht. Aber ich denke mal, wenn sie extra eine Türen gebaut haben, die irgendwo hinführt, dann ist hier auch noch was. Aber wir werden sehen. Könnte auch sein, dass hier gar nichts ist. Erstmal gleich mit einem Meisterschloss an. Komplett grundlos. Das macht immer einen guten Eindruck. Ich will auf jeden Fall läutern. Aber ja, wir sind auf der anderen Seite, glaube ich. Vorsichtig. Ich renne lieber weg. Ja, das ist tatsächlich diese Seite. Kommt du dir noch? Steht sie irgendwo fest? Oh Mann, ich habe keine Ahnung, wo sie schon wieder hin ist. Da ist sie. Sie ist einfach zufällig irgendwo anders reingekommen. Auch okay. So, hier hinter der Tür ist was. Gut gemacht, Lydia. Es scheint irgendwie immer leicht nach rechts zu sein. Also nicht immer, aber häufiger leicht nach rechts. Als nach links. Mittig kommt natürlich auch ab und zu mal vor. Also direkt in der Mitte auch sehr häufig. Ich hatte eine Sekunde lang die Hoffnung, dass es irgendwie ein guter Skiver ist. Aber. Och, die war Gott sei Dank schon zu. Aber da lag ich definitiv falsch. Puh. Jetzt hätte er mich töten können. Lydia, warum greifst du eigentlich nicht an? Ich habe schon. Als würden die sich sogar heilen. Meine Güte. Gibt es doch nicht. Misstypen. Ups, Nordmeet wollte ich nicht haben. Wo wäre denn das? Da. Klonk. Lieber noch ein paar Tränke. Der Bettlerprinz, den haben wir doch höchstwahrscheinlich schon gelesen. Hier ist ja noch relativ viel, hä? Was ist das dort? Oh, wow. Unordnung. So. Ja, mitkommen. Komm schon. Sie wirkt wie ein anderer Eingang. Oh, oh. Was war das? Das aber ist das. Du bist ja einfach zu besiegen. Oh, Lydia. Geht sich mal ordentlich Mühe. Mühe. Aua. Wow. Woher kommen die plötzlich alle? Da sind plötzlich extrem viele Leute. Da waren doch gerade eben noch nicht 30 Leute um mich rum. Was zur Hölle ist hier los? Da sind die plötzlich alle von wo? 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 die Hölle war das? Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Und meine Güte machen die viel Schaden. Dammt nochmal. Okay, ich habe den falschen Trank getrunken. Da. Hey. Die Falle, sie funktioniert doch jedes Mal aus irgendeinem Grund. Besser als alles andere. Ich sterbe nicht durch die Falle, aber die Gegner sterben durch die Falle. Das ergibt so gar keinen Sinn. Irgendwas stimmt nicht mit dem Balancing. Ob das nur an der Mod liegt, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Weil ich eigentlich nur visuelle Mods drin habe. Da bin ich auch extra sicher gegangen, dass das so ist. Da ist irgendwas anderes. Ich denke, dass das einfach am Spiel liegt. Ich wollte mich gar nicht hinsetzen. Teilweise ist es auch dann wieder super einfach. Das ist so zufälliger Schwierigkeitsgrad, habe ich so das Gefühl. Je nachdem, wie dem Spiel gerade ist. Okay.